Wir wollen, dass die Menschen durch digitale Möglichkeiten ein besseres Leben haben. Zukunftsfähige Arbeitsplätze, innovative Unternehmen, eine individuellere Gesundheitsversorgung, einfache Kommunikation über Generationen und Entfernungen hinweg und auch eine effizientere Verwaltung. Das sind die Chancen der digitalen Transformation. Und deshalb ist es gut, dass die Bundesregierung heute mit der digitalen Agenda über alle Ressorts hinweg das Thema anpackt. Und wir denken im Netzwerk Digitalisierung der CDU Deutschlands noch einen Schritt weiter. Wir wollen von Wirtschaft über Arbeit, über Gesundheit bis Bildung die Weichen heute so stellen, dass die Menschen in unserem Land die digitalen Möglichkeiten möglichst sicher und selbstbestimmt nutzen können und von den Chancen der Digitalisierung bestmöglich profitieren. Daran arbeiten wir heute für die kommenden Jahre.